Guten Tag meine lieben Freunde, Bibi2K Airsoft heute mit kulinarischen Genüssen. Nicht aus diesem Buch, sondern wir sind bei der IWA am Umarek Stand und wir haben hier ganz andere kulinarische Genüsse. Ich denke mal, du machst jetzt mal einen Cut und ich gönne mir jetzt einen Müller. So, Bruce hier, wir sind bei G&G in den Moment mit Ding Chavez und wir machen jetzt Target Shooting und wir versuchen jetzt beide zusammen hier mal zu punkten und ja zu versuchen zu toppen, was die Weltmeister geschafft haben letztes Jahr. Mal sehen, ob es uns gelingt. Ja! Ja! Wir machen jetzt zwei, 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 drei, zwei, drei, 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 Gut? Gut. Ja! Woh! Ah, yes! Two pairs of glasses. Not good. Two pairs of glasses. Not good. Two, one. Two, one. Two, one. Two, one. Nice. Okay. This one made 4.7 seconds. This is unbelievable. Pass the bike. Three, two, one, go. Okay. Deep breath. Three, two, one, go. All right. Three, two, one, go. You are right. You are back. You are back. So kenne ich den Tobi. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was er jetzt hier mit assoziieren will. Ich denke, er spricht jetzt schon wieder mein Alter an und sagt, dass das ja genau das richtige für mich ist. Aber so sieht es sich aus. Ich mag auch die fein heißen Sachen. Ich mag auch die fein heißen Sachen. Ihr seht schon wieder. Das ist genau jetzt mein Ding, ja. Sieht er sich richtig, richtig genial aus. Also wenn das nicht mal eine Backup ist. Ich kann euch das ja nochmal vorlesen. 145 Bibis passen hier rein. Gas betrieben. 900 Gramm schwer. Und ja, ich denke mal, wenn wir jetzt hier noch Full Auto hätten, hätten wir eine ganze Menge Freude. Ihr wisst ja, ich bin hier mit dem Tobi zusammen. Und ich habe mich auch immer gefragt, ja, GSP, YouTube und YouTube Money. Und ich habe es eigentlich immer nicht geglaubt, dass man wirklich mit YouTube hier richtig Geld machen kann. Aber jetzt zeige ich euch den Beweis. GSP kann sich sogar goldene AKs leisten. Grad gut genug für uns. Ja. Jetzt denke ich mal, ich kann hier ganz ruhig durch die Messe laufen. Ohne, dass mich hier um ein Franzose stört. Und da ist er schon wieder. Guten Tag. Das ist Sprite. Sprite. Sprite? Ja, Sprite. Ja, original Karlsberg Sprite. Ja, von Dänemark. Genau. Sehr athletic, äh, sports getränkt. So, nächste Sensation, ja. Jetzt zeige ich euch, ähm, ein Stand, ja. Grandfire.pl für Polen ist ein, äh, auch ein Händler. Und, äh, ja, der hat was ganz Besonderes am Start. Und zwar, ich gehe jetzt mal ganz, äh, so ganz langsam vorbei. Und ich denke mal, die Kamera wird jetzt ein bisschen so mich nicht, äh, aufnehmen so direkt, und dann mehr so dieses Wesentliche aufnehmen, äh, und was es eigentlich geht immer bei diesem Stand. Es sind eindeutig die Airsoft-Waffen, ja. Also, Gunfire hat so tolle Airsoft-Waffen. Ihr sehen könnt, richtig gute Airsoft-Waffen, ja. Ich sage nur, mannstoppende Wirkung. Ah, Martin, dann kann ich deine Hände haben. Da geht's. Mach einen Fisch. Mach einen Fisch. Genau. Kann ich deine Hände haben? Natürlich. Mach einen Fisch. Und dann kann ich einen Fisch. Husband und Wife. No, no. All right, so... Now we know what the relationship is like. Okay, awkward. Um, here. Do not let go, please. All right, the whole thing's in tap this whole time, right? No way I can get it out. Maybe it'll blow just like Sunju just comes out, so.